Ich brauche das einfach, um abzuschalten. Für mich ist so ein Wochenende wie Erholung. Man glaubt gar nicht, wie viel man da überlegen kann bei so einem Rennen, wie das entspannt, weil man einfach die ganze Zeit auf dieses Rennen konzentriert ist. Für mich ist sowas einfach Erholung. Mein Name ist Manuel Schad. Ich fahre Enduro auf dem Zweizylinder-BMW und bin der aktuelle Vizemeister in der Klasse 5 in der IGE. Musik Und Arbeit reinstecken, um zu einem Motorrad überhaupt im Gelände fahren zu können. Ich habe den kompletten Rahmen selbst umkonstruiert, habe eine Gabel von einer aktuellen Sport-Enturo drin mit dem Vorderrad. Auch die Bremsanlage habe ich übernommen. Der hintere Bau stammt von einer 93er BMW GS-Enturo. Die Räder habe ich auch selber herstellen lassen. Musik Tank und Sitzbank sind von einer älteren Sport-Enturo aus den 80ern und die Fusion hat halt mein Motorrad zusammengebracht. Musik Musik Natürlich kann man es nicht vergleichen mit einer aktuellen EXC. Die sind vom Know-how viel, viel weiter. Da kann ich auch noch so viel daheim im Keller basteln und bringe das hin. Musik Man hat immer noch was zum Verbessern und weiß immer noch irgendwas, was man ändern muss, was einfach nicht passt. Musik Ich komme gut klar, mir macht es Spaß und ich profiliere mich einfach damit. Musik Musik Die Reaktion auf meinen Motorrad ist meistens, boah, wie kann man sowas fahren? Und am Anfang wird man belächelt vor der Strecke. Die meisten, die auch nicht kennen, die denken halt, naja gut, der ist halt ein bisschen schräg drauf. Fährt mit dieser Güllebumpe da auf der Strecke mit. Musik Ich bin einen Meter 90 groß, habe über 100 Kilo. Auf einer Sport-Enduro sehe ich aus, wie wenn ich Mofa fahre. Dann irgendwann habe ich mal angefangen, mir diese BMW über drei Jahre zusammenzubauen und habe gemerkt, dass ich in den drei Stunden oder zwei Stunden Enduro-Serien ganz, ganz gut mithalten kann. Musik Vers Freitag aufs Rennen trifft man sich mit den ganzen Kollegen, ich bezeichne das mal als Wanderzirkus und wir wandern von einer Rennstrecke zur nächsten. Musik Wir treffen uns dann immer Freitags, Samstag früh ist dann immer dieser Stress, die Abnahme, das kann man sich so ähnlich wie einen TÜV vorstellen. Musik Die Papierabnahme, da geht es um die Versicherung und um die Einschreibung fürs Rennen und dann fängt es an, so dieses Gribbeln im Bauch, aufgeregt sein. Musik Wie viel von der Konkurrenz sind da, wie stark ist die Konkurrenz und man macht sich dann seinen Plan, seinen Gedanken, wie ist die Strecke, welche Reifen fahre ich, welchen Reifendruck, wie kann ich mich besser auf die Strecke vorbereiten, nehme ich was zu trinken mit, brauche ich was, ist es staubig, welche Brille wähle ich aus. Das ist einfach gar nicht so einfach, diese Fusion von dem Ganzen, die muss passen. Und dann kurz vor dem Start, die Viertelstunde ist immer das Schlimmste, die letzte Viertelstunde, wir müssen eine Viertelstunde vor dem Start in der Box sein, dann wird gezählt, ob alle vorhanden sind und dann ist man so richtig aufgeregt. Man versucht halt einfach das Beste in der ersten Runde rauszumachen und nicht gleich überholt zu werden. Musik Du hast eine richtige Fangemeinde mit der Zeit, die dann auch teilweise mitpilgern auf die Rennen, die die Daumen drücken, nur weil du dieses ausgefallene Gerät fährst. Und das ist das, was mir einfach so gefällt, das macht einfach Spaß, das macht glücklich, macht Spaß. Und wenn man dann noch Glück hat und noch ein paar Pokale abräumen kann über die Dauer, dann ist das nochmal besser. Musik Diese Leistung, die sich der Boxer da rausruft, das ist einfach unbeschreiblich. Das ist so klasse und das macht allen Spaß, wenn man einfach weiß, man kann mit der rechten Hand über 50 PS da durch den Dreck dran gehen. Musik Musik Okay, dann macht das Ding mal an. Musik Was ist jetzt nochmal Outtakes? Ja, jetzt ist ja Outtakes vorbei. Musik Musik Ah, scheiße. Musik Guck mal ihn an. Ich habe noch eine Berufslehrer... Ah, nicht mal ein paar Tage, ne? Du kennst das? Ja. Das ist Anja, ne? Rennen, das ist das internationale Enduro-Teil in der Rettgemeinschaft Enduro. Der Rettgemeinschaft Enduro. Das muss ich halt nochmal erzählen jetzt mit dem Enduro, ne? Das hält fit. Musik 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 S